Herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Vorlesung Einführung in die pädagogische Psychologie. Ich freue mich, Sie auch wieder hier begrüßen zu können. Vielleicht vorneweg etwas Organisatorisches. Nochmal vielen herzlichen Dank für all Ihr Feedback, was Sie uns am Ende der letzten Veranstaltungswoche gegeben haben. Ich möchte Ihnen ein bisschen etwas erzählen, was Sie alle geschrieben haben bzw. wie wir das auch weitermachen. Also einer der Vorschläge, die kamen, war es, dass wir unsere Quizze um 10.30 Uhr online stellen anstelle von 11 Uhr. Das machen wir natürlich. Das heißt, ab dieser Woche werden Quizze ab 10.30 Uhr auch online sein. Ein zweiter Punkt, der viele von Ihnen sehr beschäftigt hat, waren die Breakout-Rooms. Einige von Ihnen fanden die wirklich spannend, wollen sie auf jeden Fall weiterbehalten. Andere von Ihnen haben diese Breakout-Rooms eher kritisch gesehen. Ich persönlich, gerade weil wir auch viel Forschung gemacht haben zum Thema, was ist gute Online-Lehre, wie kann man Online-Kurse gut gestalten. Und wir gesehen haben, interpersonelle Interaktionen sowohl zwischen Lehrenden mit Dozierenden, zwischen Lehrenden mit Ihnen als Studierenden, sowohl Sie untereinander. Das ist ein wichtiger Faktor für guten Lernerfolg. Und darum haben wir ja auch unter anderem das mit dem Piazza-Forum und dass Sie auch untereinander sich besser kennenlernen können. Wir werden auch am Ende jeder Veranstaltung, also bleiben Sie auch nach der Veranstaltung drin, Sie wieder automatisch in verschiedene Zoom-Breakout-Rooms packen, dass Sie sich auch untereinander besser kennenlernen können. Das alles ist mir sehr wichtig. Von daher behalten wir auch unsere Breakout-Sessions dabei. Allerdings, Ihr Feedback ist uns wichtig. Von daher reduzieren wir das von drei Breakout-Räumen pro Veranstaltung auf vielleicht nur eine oder zwei und erhöhen die Zeit, weil das war ein anderes Feedback, dass wir zu wenig Zeit in den einzelnen Breakout-Sessions gehabt haben. Also das sind Veränderungen, die wir sofort umsetzen werden. Dann zu viele Folien, zu wenig Zeit und dass zu wenig von den einzelnen Folien jeweils erzählt wird. Ja, willkommen an der Universität. Es ist leider im Vergleich zur Schule so, dass, oder ich möchte Sie dazu einladen, die Vorlesung und auch die Vorlesungsfolien als nur einen Teil Ihres Lernprozesses zu begreifen. Sie können sich Informationen von vielen Quellen suchen, um die Inhaltsbereiche, die für unsere Veranstaltung oder auch allgemein für Veranstaltungen in Ihrem Studium wichtig sind. Von daher, wir werden das auch weiter so behalten, dass Sie relativ viele Inhalte in jeder Veranstaltungssitzung bekommen und diese dann je nach Bedarf auch beispielsweise auf den Videos einfach nochmal vorspulen oder zurückspulen oder sich die Sache noch etwas langsamer ansehen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, auf YouTube auch die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu erniedrigen, sodass Sie halt für Ihren eigenen Lernprozess auch gut vorankommen. Dann etwas anderes. Ich habe relativ viele Fragen bekommen in der letzten Woche zu verschiedenen Vorlesungsthemen und zu verschiedenen Themen, die unsere Veranstaltung allgemein betreffen. Das freut mich sehr, weil ich freue mich über Feedback. Was mich allerdings noch mehr freuen würde, ist, wenn Sie diese Fragen in unser Piazza-Forum schreiben würden, weil Sie dann auch wirklich für Ihre Mitstudierenden ebenfalls zugänglich wären. Und ich glaube, davon würden wir alle profitieren. Die zwei am häufigsten gestellten Fragen waren zum einen, Klausur, finde ich auch spannend, zweite Vorlesungswoche und die Klausur ist schon irgendwie für Sie wichtig, dass inwiefern die Texte und die Reading Reactions relevant sind, ja oder nein. Wenn Sie die Texte lesen und sich die Vorlesung anschauen, werden Sie sehen, es gibt da sehr viel Überschneidung. Also wieder die Idee, dass sich vertieft Informationen in den einzelnen Texten kriegen, die dann in der Veranstaltung vielleicht auch noch etwas oberflächlicher behandelt werden. Also von daher, ja, beides ist klausurrelevant. Aber ich will Sie wuntern und Ihnen auch ein bisschen die Sorgen vor der Klausur nehmen, weil wenn Sie die Quizze machen, das werden ungefähr so Klausuraufgaben werden. Ich habe sogar in den Quisen von letzter Woche oder jetzt auch von dieser Woche auch Klausur, quasi wirklich reale Klausuraufgaben, die wir so gestellt haben, auch in die Quizze mit eingebaut. Also Sie kriegen quasi schon genau so ein richtiges Klausurtraining hier, indem Sie auch wirklich die Quizze absolvieren. Dann Mindmaps. Nur für eine Veranstaltung oder allgemein für viele Veranstaltungen, wie sollen die gestaltet werden? Das soll wirklich veranstaltungsübergreifend auch gemacht werden, weil Ihnen das am meisten hilft, die unterschiedlichen Themen, die wir ansprechen, auch wirklich zu betrachten. Okay, soviel dazu. Als kurze Wiederholung stelle ich immer die jeweiligen Quizaufgaben vor, damit Sie auch quasi doch mal hereinkommen in das allgemeine Thema. Dass die ökologische Systemtheorie nach Bronfenbrenner, sehr wichtig ist es dabei, dass Sie dort die verschiedenen wechselseitigen Beziehungssysteme sehen, was auch mit den vielen Pfeilen untereinander gekennzeichnet wird. Klassisches Konditionieren. Wichtig dabei ist, dass die die Kopplung von einem neutralen Stimulus mit einem unkonditionierten Stimulus erfolgt, der dann eine unkonditionierte Reaktion hervorruft, wie den Speichelfluss beispielsweise bei einem Tier. Wichtig ist auch da, dass die Reaktion halt auch wirklich etwas Unkonditioniertes ist. Teilweise habe ich auch in den Reading Reactions gesehen, dass Sie dort, ah, das ist dort teilweise noch etwas unpräzise formuliert wurde. Also wenn Sie eine Reading Reaction oder einen Blog zu dem Thema gemacht haben, würde ich Sie einladen, das auch noch mal genauer zu überprüfen, ob Sie da auch die richtigen Fachtermina verwenden. Danach Verstärkung, Bestrafung. Wie man sich das auch ein bisschen besser merken kann, ist quasi immer, wenn wir von einer Verstärkung reden, dann wollen wir Verhalten erhöhen. Dann soll Verhalten häufiger auftreten im Vergleich zu einer Bestrafung, wo wir die Erscheinungswahrscheinlichkeit eines Verhaltens verringern wollen. Und der Übertrag von behavioristischen Theorien auf den Menschen allgemein ist eher, ist nur begrenzt zu sehen, aber keinesfalls uneingeschränkt. Von daher würden wir hier diese Frage ebenfalls als falsch beantworten. Wir werden uns heute wesentlich genauer anschauen, was Lernen aus kognitionspsychologischer Sicht bedeutet, wie Wissen organisiert und repräsentiert ist, beziehungsweise was Grundlagen für das Lernen sind, wenn wir uns das von Lerntheorien, die eher in Richtung Informationsverarbeitung und kognitiv-konstruktivistisches Lernen her anschauen. Dabei gehen wir von der folgenden Grundannahme aus, dass Menschen sich prompt und sensibel an Veränderungen an ihrer Umwelt anpassen können, was zum einen durch Gewöhnung oder durch kognitives Lernen Erfolg. Dabei betrachten wir bei Kognition die Gesamtheit der Prozesse, mit der die Aufnahme von Informationen, die Verarbeitung und die Speicherung im Gedächtnis sowie die Anwendung von diesem Wissen in spezifischen Situationen betrachtet wird. Kognitives Lernen ist dabei die fortlaufende Konstruktion und Veränderung von einem Wissen, die zur Entwicklung und Festigung geistiger Fähigkeiten oder auch durch die Anwendung von einem Wissen in neuartigen Situationen betrachtet wird. Und dabei ist es wichtig, dass es auch ein Merkmal von intelligentem Verhalten darstellt, dass sich Menschen wirklich dynamisch an Veränderungen anpassen können und dies auch beeinflussen können. Komponenten des kognitiven Lernens sind dabei der Erwerb von Wissen, die Denkfähigkeit, Metakognition und die Anwendung und der Transfer von Gelerntem. Dabei ist es insbesondere im kognitiven Konstruktivismus so, dass wir Lernen als einen aktiven Prozess begreifen, also dass wir uns bewusst die Anwendung von verschiedenen kognitiven Operationen machen und dass das Lernen konstruiert wird. Das heißt, Bedeutungen werden erzeugt durch mentale Modelle. Lernen allgemein ist auch als kumulativ zu betrachten. Das heißt, sie lernen systematisch mehr und ihr Wissen baut auch aufeinander auf und sie bauen komplexe Wissensstrukturen an, die sich über die Zeit hinweg wie eine Bibliothek vergrößern und auch punktuell, strukturell erweitern lassen. Dabei ist es insbesondere wichtig, dass im kognitiven Konstruktivismus Lernen individuell ist, ist idiosynkratisch. Das heißt, dass zwei Personen niemals das gleiche Wissen oder die gleichen Wissensstrukturen haben oder wie Wissen abgerufen werden kann, basierend auf den Wissensstrukturen, wie Wissen abgespeichert wird. Also wirklich, dass sich Lernende ihr Wissen selber konstruieren. Lernen ist dabei auch zielgerichtet, was sich insbesondere auf die Bewältigung von den ihnen gestellten Anforderungen beschreibt. Es gibt verschiedene Modelle, mit denen wir Informationen speichern können und dazu habe ich Ihnen ein kleines Experiment beigebracht. Bitte prägen Sie sich dazu die folgende Telefonnummer einmal genauer ein. Wie sind Sie beim Einbringen vorgegangen? Schreiben Sie bitte auf einem Blatt Papier oder wenn Sie an einem mobilen Gerät sind, verwenden Sie eine App und schreiben Sie bitte kurz Ihre Merkstrategie auf, wie Sie das haben und wie Sie vorgegangen sind. All right. Nur kurz zur Erinnerung bzw. zur Überprüfung. Hier ist doch mal dieser Telefonnummer. Das heißt, Sie könnten jetzt überprüfen, wie viele von den Stellen Sie auch korrekt sich gemerkt haben. Und wir werden jetzt genauer darauf eingehen, wie Wissen abgespeichert wird, welche Strategien wir auch dazu verwenden können. Weil all unser Lernen beruht darauf, dass wir ein Gedächtnis haben. Das ist so eine der zentralen Merkmale. Wie wir Wissen und Informationen speichern, wird typischerweise in dem sehr klassischen Mehrspeichermodell von Atkinson und Schiffrin beschrieben, was aus drei Komponenten besteht. Der Aufnahme, wo wir die Reize der Umgebung wahrnehmen, was ein sensorisches Register darstellt. Dann werden Informationen verarbeitet im sogenannten Kurzzeitgedächtnis, was ebenfalls auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet wird. Und was dann danach ins Langzeitgedächtnis übergeht. Soweit die grobe Struktur von dem Dreispeichermodell. Wir werden die einzelnen Teile auch noch näher betrachten. Aber vorher will ich Sie dazu einladen, sich folgendes Szenario vorzustellen. Sie haben vor der Klausur, Klausur ist ja für Sie wichtig, Sie haben sich den Klausurstoff nur am Abend vorher eingeprägt und nach der Klausur wieder vergessen. Wo wäre solches Wissen wohl lokalisiert, wenn Sie sich dieses Dreispeichermodell betrachten? Ich mache Ihnen verschiedene Breakout-Rooms auf für drei Minuten. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Okay, perfekt! Vielen Dank! 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 ! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! ! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! ! Vielen Dank! ! Vielen Dank! ! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! ! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Es wird unter anderem in der in der in der in der in der Rookie Methode ähm verwendet ist übrigens auch ein super Party Trick ähm ich kann Ihnen das nur empfehlen ähm Sie können problemlos und wirklich jeder einzelne von Ihnen kann problemlos mit dieser Methode ein gesamtes äh 32 Karten äh äh Skatspiel komplett äh durch würfeln und ähm sie Sie werden in der Lage sein, diese Karten danach auswendig aufzusetzen, problemlos. Wobei, logischerweise, Split-Attention-Effekt, je mehr Sie getrunken haben, desto schwieriger wird es. Von daher würde ich da strategisch empfehlen, den Trick etwas früher vorzustellen. Also wie funktioniert dieser Trick, also diese Lernstrategie? Und zwar, Sie stellen sich einen Raum vor oder irgendwie den Weg zur Universität oder den Weg zum Supermarkt oder andere Strecken, die Sie im Leben wirklich auch sehr viel und sehr häufig zurücklegen. Dann an jedem Wegpunkt, den Sie begegnen, bezeichnen Sie dann beispielsweise mit einer Kartenfarbe oder mit einem anderen Objekt. Und dann können Sie, wenn Sie da verschiedene Verknüpfungen haben, sich beispielsweise, können Sie sagen, okay, jedes Fahrzeug von einer Fahrzeugmarke repräsentiert, jetzt irgendwie Peak, Karo, Herz und so weiter. Und dann können Sie das auf der einen Ebene haben und auf der anderen Ebene vielleicht verschiedene Personen mit den einzelnen Zahlen oder Karo oder König, Dame und so weiter. Und dann anstelle davon, dass Sie sich die Informationen merken, von wegen, was die einzelnen Karten bezeichnen, gehen Sie danach räumlich die Strecker ab, auf denen Sie auch wirklich, die Ihnen sehr bekannt ist. Und dann können Sie in Gedanken sehen, okay, ich laufe die Straße herunter, da sehe ich einen Mercedes, in dem Lady Gaga aus dem Fenster winkt. Danach gehe ich um die Straßenecke, warte an der Ampel, wo ich hupend Joko und Klaas in einem BMW sehe. Und da ist es halt wichtig, dass Sie dann halt irgendwie vielleicht die Verbindung haben, okay, Karo bedeutet Mercedes, Peak bedeutet hier BMW und halt die verschiedenen Personen mit den Zahlen. Und anstelle, dass Sie dann die Informationen mit den jeweiligen Karten haben, haben Sie dann die Informationen besser gechunkt, räumlich, visuell dargestellt. Vielleicht probieren Sie es. Ich bin davon überzeugt, dass Sie das auch gut machen können. Wenn Sie wollen, dann Sie auch da als Blogbeitrag vielleicht ein Video von sich dabei hoch. Ich glaube, das würde vielen von uns sehr gefallen. Okay, so viel dazu. Also ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen. Genau. Wie können Sie solche Methoden trainieren oder wie können Sie Ihre Verarbeitungsfunktionen allgemein verstärken? Das können Sie, indem Sie diese Lernstrategien einnehmen. Das können Sie natürlich auch jetzt nicht nur so als Party-Trick verwenden. Das können Sie auch genauso gut, wenn Sie sich auf irgendwelche Klausuren vorbereiten, die Informationen in einer Concept-Map, die Sie auch in diesem Semester erstellen können, beispielsweise machen. Und wenn Sie dann die Informationen wieder aufrufen können, erinnern Sie sich vielleicht, okay, ich habe zu dem Teil etwas geschrieben, untersteht auf meiner Concept-Map rechts oben. Und dann haben Sie wieder visuell räumlich einen weiteren Hinweis. Und Sie sind dabei natürlich umso besser, je mehr Sie solche Lernstrategien auch wirklich aktiv anwenden und es auch probieren. Sie können es auch genauso gut, wenn Sie das trainieren wollen, im Supermarkt einkaufen gehen, anstelle davon, dass Sie sich eine Einkaufsliste machen. Es gibt wirklich vielerlei Möglichkeiten, wie Sie sich so Informationen merken können. Das Langzeitgedächtnis im Vergleich zum Arbeitsgedächtnis hat verschiedene Features. Und zwar der wichtigste Feature ist davon, dass es eine unbegrenzte Kapazität besitzt. Das heißt, Sie können wirklich beliebig viele Informationen im Langzeitspeicher haben und die können auch unbegrenzt abgerufen werden. Wobei es dabei wichtig ist, dass diese Informationen wirklich keine identische Repräsentation von Wissen sind. Von daher schauen wir uns jetzt etwas genauer an, wie Wissen im Langzeitspeicher organisiert wird. Es gibt dabei vor allem diese drei grundlegenden kognitiven Prozesse, die wir auch vorhin schon gesehen haben. Zentral das Auswählen, Integrieren und Organisieren, um die Informationen wirklich in den Langzeitspeicher auch zu kriegen. Und das Wissen wird dann mit verschiedenen mentalen Repräsentationen organisiert. Wir wissen noch nicht so genau, wie das genau passiert. Das ist noch Teil der aktuellen Forschung. Also wenn Sie daran interessiert sind, bleiben Sie dabei, promovieren Sie zu dem Thema. Dann können wir der zukünftigen Studierenden-Generation in 10, 15, 20 Jahren vielleicht da auch weitere Informationen zu geben. Was wir aber wissen ist, dass es verschiedene mentale Repräsentationsformen gibt. Und zwar Begriffe, Konzepte, Schemata als auch mentale Modelle. Begriffe, Konzepte beschreiben dabei vor allem Klassen von Objekten, die sich einander ähneln. Also verschiedene Hunderassen, verschiedene Tassen, Sorten. Also wirklich Begriffe werden dabei als semantische Einheiten betrachtet, die einen Bedeutungsinhalt umfassen. Das können sowohl auf der einen Seite konkrete Objekte sein, wie Hunde oder wie Tassen oder wie andere physische Gegenstände. Aber es können ebenfalls abstraktere Begriffe sein, wie Motivation oder andere Dinge, die man nicht sofort sehen kann. Begriffe werden dadurch gebildet, indem sie prototypmäßig entwickelt werden. Und es werden dabei, je ähnlicher diese Prototypen zueinander sind für den Begriff, desto eher und desto einfacher werden sie danach auch wieder zurückidentifiziert, wenn sie dann wieder auf das Wissen herabgreifen wollen. Dabei ist es wichtig, dass sich solche Begriffe und Konzepte hierarchisch organisiert lassen. Also wenn sie quasi Wissen oder Informationen neu aufbauen und neu verankern, als ein Beispiel Oberbegriff Tier, danach Vogel und dann verschiedene Vogelarten. Und zu jedem Begriff werden auch verschiedene Charakteristiken, die prototypisch für den jeweiligen Begriff stehen, wie beispielsweise ein Tier kann atmen oder ein Vogel kann fliegen, der dann die verschiedenen Begriffe und Konzepte auch voneinander abtrennt. Beispielsweise jetzt, wenn wir uns das vorstellen, ein anderer Ast beim Tier könnte anstelle von Vogel, könnte irgendwie Hund sein. Und dann würden da andere Begriffe auch dazu stehen, die ihnen dazu dienen, auf ihr Wissen zurückzugreifen. Wenn sie beispielsweise spazieren gehen und in der Natur einen Kanarienvogel sehen beispielsweise. Genau. Schemata und Skripte. Ein weiterer wichtiger Punkt zur Organisation von Wissen. Schemata sind dabei sehr eng verbundene Vorstellungen, die sich auf ein bestimmtes Objekt oder Ereignis beziehen und damit auch relativ stabil sind über die Zeit. Denn es ist so, dass nur allein die Begriffe und Konzepte eigentlich die Komplexität von unserem Wissen überhaupt nicht betrachten können. Ja, Begriffe und Konzepte sind sehr wichtige Bestandteile und auch die grundlegenden Bausteine für unsere komplexen mentalen Strukturen, die wir haben. Aber diese werden unter anderem in Schemata besser gebündelt und auch zusammengefasst, sodass wir wirklich Wissenspakete speichern können. Dabei wieder der Bezug auf das Vorwissen, auf Erfahrungen, die wir sammeln und die komplexen Verallgemeinerungen, die dabei mit aufgebracht werden. Diese Schemata dienen dabei auch als praktische Hilfe, damit, wenn sie sich in einer neuen Situation befinden, diese vielen Prozesse auch innerhalb von Sekundenbruchteilen zu erfassen und sich dann auch da dementsprechend auch zurechtzufinden. Warum brauchen wir diese Schemata? Vor allem, um die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung zu steuern, bei der Encodierung zu helfen, aber vor allen Dingen dadurch, dass wir die Informationskapazität verringern. Wie gesagt, sie können nur 7 plus minus 2 Informationseinheiten behalten. Wie so ihre Informationsgrenze lag, haben sie auch wahrscheinlich gut bei dem Telefon, wo man zum Beispiel auch selber herausfinden können, Stichproben mäßig. Und solche Schemata können ihnen halt dabei helfen, dass sie gemäß ihrer persönlichen Informationsverarbeitungsquelle die Informationen besser und schneller auch verarbeiten. Und sie können ihnen vor allem auch dabei helfen, weil Aufmerksamkeit auch nur eine sehr begrenzte Ressource ist. Es werden also quasi zusammenfassend bei kognitiven Schemata komplexe Businessbestände gespeichert, auf die sie dann auch sehr schnell zurückgreifen können. Aber ist es wichtig dabei, dass dieser Rückgriff auf Informationen, die sie sich gebildet haben, auch fehlerhaft sein kann. Das heißt, wenn sich wirklich jeder Mensch hundertprozentig perfekt an jede einzelne Situation, an jeden einzelnen Wissensbestandteil erinnern könnte, würden solche Dinge wie falsche Zeugen aussagen. Oder es gibt auch spannende psychologische Experimente, wo älteren Menschen etwas erzählt wird über eine Baldongfahrt, die sie in ihrer Kindheit absolviert haben, die sie aber halt de facto nie gemacht haben, wird ihnen quasi in ihren Wissensbestanden eingespeichert und das wird abgerufen, obwohl es halt de facto nicht der Fall ist. Das heißt, sehr wichtig ist es dabei, dass das auch kein perfekter Prozess ist, sondern auch zu Fehlern führen kann. Aber nichtsdestotrotz helfen solche Schema und Skripte sehr, dass sie auch sehr viele komplexe Prozesse sich besser betrachten können. Also beispielsweise, wenn Sie in einem Restaurant, jetzt mit Corona gerade schwierig, aber wenn Sie in ein Restaurant gehen, wissen Sie genau, was Sie zu welcher Zeit zu machen haben, wie Sie da vorzugehen haben. Auch spannend, die soziale Komponente. Ein Restaurantbesuch in Deutschland ist wieder komplett anders, zum Teil im Vergleich zu Korea beispielsweise. Hier mit dem Trinkgeld in Korea schwierig. In Deutschland schon eher gebollt, wenn Sie in Amerika sind und da überhaupt kein Trinkgeld geben, großes Problem. Es ist auch dabei wirklich wichtig, dass diese Skripte, die entwickelt werden, auch basierend in diesem bronfenbrennischen System, in dieser wechselseitigen Beziehung von der Gesellschaft ebenfalls auch mitgeprägt werden. Genauso wie sehen Vorlesungen aus. Vergleich Online-Präsenz. Inwieweit verändern sich solche Skripte, beziehungsweise wenn Sie sich diese verschiedenen Wissenskonstruktionen anschauen und was sind da verschiedene Prototypen, die zu den jeweiligen Skripten auch gehören. Aber nichtsdestotrotz sind diese Skripte und mentalen Modellen, sind diese Skripte dafür da, Wissen auch wirklich gut zu organisieren. Der letzte Punkt, auf den wir für heute eingehen wollen, sind mentale Modelle. Und zwar der heraus schlaggebende Punkt dabei ist, dass mentale Modelle vor allem konzeptionell manches Wissen betrachten und sich dabei bei der Wissensrepräsentation helfen. Was dabei wichtig ist, ist, dass sie Gedächtnisinhalte eigentlich nie als Foto quasi repräsentieren, sondern dass sie gewisse Assoziationen mit Konzepten haben. Also ein Delfin sieht aus wie ein Fisch, aber es ist ein Säugetier. Woher wissen sie das? Aufgrund ihres Vorwissens. Und da ist halt auch nochmal hervorzuheben, wirklich wie zentral Vorwissen zur Ausfall und Organisation auch von Wissen ist. Für das Delfin-Beispiel hier wäre beispielsweise so ein semantisches Netzwerk, was sie als mentales Modell auch sich betrachten können und wie da auch die verschiedenen assoziierten Vorstellungen davon liegen. Und dann ist es auch dabei wichtig, dass sie sich dabei betrachten, okay, wie stark sind solche verschiedenen Assoziationen, welche Erfahrungen haben sie gemacht und inwieweit dann, wenn sie auf das Wissen zurückgreifen wollen, wenn sie beispielsweise davon ausgegangen sind, oh, ein Delfin, das ist ja ein Fisch, dann liegt es daran, inwieweit sie die verschiedenen Konzepte, inwieweit die dementsprechend aktiviert werden. Informationen in mentalen Modellen werden dabei in einer Menge von Einheiten gespeichert und diese Einheiten werden unter anderem auch Knoten genannt und die werden wirklich über das gesamte Langzeitgedächtnis verteilt und die können mit verschiedenen Informationsstellen verknüpft werden. Und dabei ist es so, dass sie je besser auf so einen Knoten zurückgreifen können, desto häufiger er aktiviert worden ist. Also wenn sie da verschiedene Knoten oder verschiedene mentale Modelle für einen gewissen Zeitraum dann besser abrufbar haben wollen, wäre es beispielsweise klug, die dann auch häufiger auch gemeinsam zu aktivieren. Also wenn wir uns das genauer anschauen, auch von einer Meta-Ebene, dann sehen wir wirklich, Business-Erwerb in Gedächtesmodellen ist in erster Linie als ein Aufbau von verschiedenen Schemata zu sehen, womit wir insbesondere die Informationen im Arbeitsgedächtnis speichern wollen. Und wir können bei wiederholter Anwendung dieser Schemata diesen Abruf und die Knoten automatisieren, damit der Abruf vom Langzeitgedächtnis auch etwas unbewusster erfolgt. Sehr wichtig, wir haben auch schon da auch sehr häufig gesehen Vorwissen, eine sehr wichtige Komponente, Intelligenz. Und diese beiden Fragen wollen wir uns dann in der nächsten Vorlesungswoche genauer ansehen. Ich freue mich da in jedem Fall auch schon drauf und werde jetzt Ihnen verschiedene Breakout-Rooms öffnen, wenn Sie wollen. Quatschen Sie noch mit Ihren Mitstudierenden und ich würde mich freuen, Sie nächste Woche hier wieder zu begrüßen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.